Mama, was machen wir heute? Heute fahren wir in den Serengeti-Park und verbringen dort eine Nacht in der Zeltlodge direkt am Viktoriasee. Ja, cool! Das hört sich toll an! Unser Auto ist geparkt und ein sehr netter Mann bringt uns gerade mit einem Schatten zum Zelt. Passen wir denn überhaupt alle rein ins Zelt? Ja, in dem Zelt können bis zu sieben Personen übernachten. Das wird bestimmt super spannend! Die Lodges könnt ihr übrigens nur buchen, wenn ihr mindestens für einen Tag den Pargeintritt bezahlt. Hier übernachten wir heute in der Zeltlodge Nummer 5. Äh, Mama, wir haben Oktober. Ist das nicht ein bisschen zu kalt in einem Zelt? Ich hoffe nicht. Die Lodges sind beheizt. Wir nehmen uns aber trotzdem ein paar warme Sachen mit. Bis zum nächsten Mal. Ist das schön hier. Direkt den Überwohnenden Weg 200 Affen. Wer kann schon erzählen, dass man Affen als Nachbarn hat? Hier könnt ihr euch ansehen, wie toll und gemütlich das Zelt eingerichtet ist. Reinigung, Bettwäsche, Handtücher und Frühstück sind übrigens in preis inklusive. Oh, wie süß! Die sind hier wirklich kreativ! Das ist unser Taxi zum Parallel. Wir haben eine Chipkarte bekommen. Damit könnt ihr auf der anderen Seite die Tür öffnen. Hier seht ihr unser Zelt von der Parkseite aus. Wir stehen also vor dem Atemkriegler. Die Spielplätze sind bis zur Dämmerung geöffnet. Die Fahrgeschäfte haben geschlossen. Der Park ist schön ruhig. Wir gehen noch ein bisschen spazieren. Anschließend gehen wir ins Restaurant Maniara zum Abendbuffet. Das hatten wir mitgebucht. Hier frühstücken wir im Morgenstuhl auch noch, bevor wir abreisen. Das Buffet war mega lecker. Hier findet jeder etwas zu essen. Auch in Corona-Zeiten haben wir uns sicher gefühlt. Maske auf ist klar. Zusätzlich mussten wir direkt am Buffet einmal Handschuhe anziehen. Das Personal ist sehr freundlich. Sattgefuttert geht es zurück zum Zelt. Nach einer doch etwas kalten Nacht freuen wir uns auf heißen Kaffee und Kakao. Wir warten aufs Taxi. Wir wollen zum Frühstück. Bevor uns der nette Fahrer zurück zu unserem Auto bringt, verabschieden wir uns noch von unserem Nachbarn. Das war ein lustiges Abenteuer, das wir sehr positiv in Erinnerung behalten werden. In Serengeti-Fax über Nacht wird es echt aufregend. Kommt doch auch mal hierher. Was wir im Tier- und Vergnügungstag erlebt haben, könnt ihr in einem anderen Video sehen.